Hauptmann Schneider, die zweite Kompanie kann die Fernmeldestation kaum halten. Sie warten auf Befehl. Halten Sie die Stellung und warten Sie auf Befehle. Hauptmann, mit Verlaub. Es sind nur noch acht Mann. Befehl vom Führer abgottieren. Abtreten. Glauben Sie, dass wir gewinnen können? Natürlich an euch. Natürlich. Natürlich. Tschüss. 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 Tschüss.